Durotem kommt ein Auto entgegen. Wenn es nicht sein Maid sind, wird es jetzt witzig. Zwei Autos entgegen, Achtung. Seht ihr's hier? Ja! Ja! Oh oh. Oh oh. Oh oh oh! Hat den getroffen?! Oh, du ... Lass den Finisht, den Gnocken! Hehehe, ist das doch ... Oh, eingelockt! Ich hab keine Muni mehr! Hier, nimm! Fünfer? So, ja. Ja, ich leg dir hin. Sechs Schuss. Ich wüsste immer noch nicht, wo wir sind. Da ist noch ein anderes Auto. Das war geil. Oh, es geht mit dem Smoke Guy. Yeah! Oh, die schießen jetzt aufs Auto. Oh, linke Seite kommt an meinen Marker. Bei Gelb ist da noch jemand. Nein! Ja! Ja! Selbst wenn wir keine Kills kriegen, ist so witzig. Oh, da rechts unten. Hier unten beim Blau. Bei Blau. Ja. Du bist gerade durch die Ehe gestorben. Ja, dann lass mal richtig. Johnny. Wir können hier vielleicht hier unten durchgehen. Wie kann man so greedy sein, Robin? Wir sind doch auf dem Berg. Der Erdjob ist verloren. Nein! Ist er denn? Der erste Spieler der Ehe gestorben. Robin, wenn er nur einen Meter in die Richtung läuft. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Na ja, da oben. Hier unten ist wer. Ja. Egal. Robin, nicht genau drauf zu fahren. Fährst exakt drauf zu. Warte. Hier. Oh mein Gott, was ein Kackspot. Der ist super. Ja, genau. Sag's mein Leben. Was ich fand. Okay. Dann erschieß weh, Robin. Erschieß weh. Bist du jetzt zufrieden? Ne, er schießt noch wen. Ich überlege, ob ich pushen soll von der Seite. Wär's greedy oder wär's gut? Ja, das wär gut. Das werden wir später erfahren. Team. Ja. Kassbäume. 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 Und er hat's nicht mal gesehen. Die können hier noch hinter die Wand. Nice. Und du kannst dich glücklich schätzen. Nee, oder? Nein, bitte töte mich nicht. Ganz schön richtig, Corey. Haben die Kaila schon mal uns gesehen? Ich hab nichts gesehen. Flieh in Sicherheit, Robin. Er nimmt mich mit. Er trägt mich. Ich seh dich auf der Map nicht mehr, weil der... Ich bin bei Rot. Ich bin bei Rot. Ich bin bei Rot. Hast du nur einen gesehen bis jetzt? Er geht raus. Er geht Richtung Quarry. Er läuft zu euch. Er läuft zu euch. Hast du nur einen gesehen? Ja. Ja, ja. Geh du mal ein bisschen rechts entlang. Okay. Ich bleib hier links. Er ist hier in dem Gebäude. Ich mag's. Immer noch bei dir direkt? Ja, ja, ja. Er trägt mich immer noch. Er trägt mich. Er geht raus. Er geht raus. Er haut ab! Er haut ab! Er haut ab! Es hier in dem Haus nötig! Mit mir, mit mir! Wichser! Das war ein Gerät! Ein bisschen Deckung haben wir hier. Aber die kämpfen jetzt gegeneinander vielleicht? Oh, ich hab's hinter den Scheißen. Renn, Robby, renn! Nein, gib mir doch einen Headshot! Hilf mir! Warte, warte, eine Bandage noch und dann kann ich sie haben. Scheiß auf die Bandage, die Zone kommt! Ne, die ist langsam hier. Ach komm schon, 29 Leben und die können da in Ruhe ballern? Ich verarsch mich doch nicht. Also ich hab ne coole Kante hier eigentlich, muss ich sagen, okay? Oh, die schießen immer noch hierher. Haben Hits jeweils ne Headshot? Nice. So, 5 Sekunden hast du vielleicht. Den, aus dem der noch schießt, hab ich keine Sicht. Oh mein Gott! Aber die müssten gleich den Rücken gemacht sein, das geht gar nicht anders. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so ein Todeslauch! Ich hab's getroffen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gebt ihr ein bisschen Feuerschutz! Von Blau könnte jemand kommen gleich. Da müssen wir ein bisschen abziehen, sonst sind wir ja gut. Was ist mit dem Compound hier vorne? Ist er safe? Hm, ne. Lass mal vielleicht noch links außenrum, ob wir da hinten... Oben auf dem Turm, oben auf dem Turm. Ja, wir sind hier nicht ganz safe mit der Zone. Oh nein! Oh mein Gott! Warum ich? Warum ich? Von lang, knapp. Oh, von links außen raus raus. Ja, ich bin erst mal im Haus drin. Ja! Ich weiß nicht, ich hab mich mit dem Body erwischt. Aber das ist wieder das Witzigste, Robin, dass der dich nicht abschießt, obwohl du vorher genau da läufst. Ja, weißt du, der sieht mich und denkt sich, der ist so krass. Guck mal, wie der sich bewegt. Das Zick-Zack, was er läuft. Dann kommt der Bob hinterher und denkt sich, oh, das ist ein Free-Frag. Dann muss ich dir auf. Vielen Dank.